Ihr spielen dürften, ey, der Aiko e.V., ihr seid echt stabile Leute, das sind so fünf bis zehn, vielleicht ein paar Leute, die das Ding hier am Laufen halten. Ey, vielen Dank, dass ihr das macht. So Leute brauchen wir in Braunschweig. Dass so Bands wie wir, die gerade angefangen haben, irgendwo spielen können. Ey, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Ja, wir kommen schon zum Ende langsam. Damit wir euch das Zugaberrufen erspart, spielen wir direkt hinterher unsere Zugabe.